Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder dein Coach Martin. Heute mal in einem kompletten neuen Format, das auch aus gewissem Anlass. Ich habe letztens ein Video gesehen über Sportmythen, die aufgeklärt werden sollten. Da hat sich ein bisschen mein Magen umgedreht, aber wir gucken uns das gemeinsam an und ich erkläre dir was richtig ist und was falsch war. Bevor wir uns jetzt gemeinsam das Video angucken, ist mir eines besonders wichtig. Das soll jetzt keine Reaction sein, dass ich mich über jemanden lustig mache oder jemanden bloßstellen will, sondern hier geht es einfach bloß um eine Richtigstellung von gewissen Aussagen, die getätigt wurden, weil ich das auch anhand der Kommentare unter dem Video gesehen habe, dass da halt viele Mediziner und auch Biologen drunter geschrieben haben, dass gewisse Sachen inhaltlich nicht korrekt sind. Und die möchte ich hiermit auch einmal aufklären. Und schnacken wir nicht lang rum, gucken wir direkt auf die Seite. Und zwar hat das Video die Marie Johnson hochgeladen. Und sie macht wirklich verschiedene Sachen, also auch sehr frauenbezogen. Und was mir auch super sympathisch leicht ist, sie selber ist vegan. Also da hat sie schon mal bei mir einen Stein im Brett. Aber reden wir nicht lang rum, schauen wir gleich mal in das besagte Video rein. Also hier sehen wir schon Sportmythen aufgeklärt. Und bevor wir jetzt starten, gucken wir nochmal kurz in die Kommentare. Und hier sieht man auch schon, also knapp 351 Kommentare, teilweise lange Texte, auch von, wie ich schon gesagt, Medizinern, Biologen, die halt Sachen denn auch gleich richtig stellen wollen. Auch hier halt falsch. Und was ich auch gesehen habe, auch die Paulina von Sascha Huber hat drunter kommentiert und wünscht sich eine Richtigstellung zu den Themen Kniebeugen, Dehnen und auch Muskelkater. Und das nehme ich direkt mal zum Anlass. Und da starten wir gleich mal das Video. Aus einer anderen Umgebung. Ich bin nämlich heute bei Caro zu Besuch. Caro ist Personal Trainerin und hat hier so ein kleines Frauenfitnessstudio in Tübingen. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt und auch meine Sportroutine und so gesehen habt, dann habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass ich aktuell nämlich so ein bisschen bei Caro trinere beziehungsweise bei ihren Livestreams mitmache. Und heute haben wir uns was überlegt. Ich habe hier einfach gerade den Mega-Rede-Schweib-Gleichchen und auch Paolo. Aber wir haben uns überlegt, dass wir mit Sportmythen so ein bisschen aufklären wollten. Also ich habe euch auf Instagram gefragt, welche Mythen ihr kennt. Und die haben jetzt alle einfach mitgebracht. Und ich hoffe, dass du ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kannst. Ich versuche mein Bestes. Ein Mythos ist, Bauchmuskeln darf man jeden Tag trainieren. Andere Muskeln brauchen aber mindestens einen Tag Pause dazwischen. Was sagst du dazu? Also, ich sage, das ist ein Mythos. Denn die Bauchmuskulatur solltest du wie andere Muskelgruppen nicht jeden Tag trainieren. Jeder Muskel braucht auch seine Pause, seine Regeneration. Vollkommen richtig. Und wenn du so überlegst, wenn du andere Übungen trainierst, wie zum Beispiel die Kniebeuge, hast du ja auch eine Körperspannung. Du ziehst ja auch deinen Bauchnabel schön nach hinten, spannst ihn gut an. Und somit trainierst du ja sowieso auch schon deine Bauchmuskulatur. Also im Allgemeinen, wenn du Übungen gut ausführst, trainierst du gleichzeitig schon deine Bauchmuskulatur. Okay. Da muss ich gleich mal ein bisschen einschreiten. Also ja, es gibt Übungen oder generell bei so gut wie jeder Übung spannst du automatisch deinen Bauch mit an. Oder solltest du anspannen, um eine gewisse Rumpfstabilität zu haben. Gerade bei den Grundübungen extrem wichtig, wie jetzt auch Kniebeuge. Aber auch hier sehe ich immer wieder bei Trainierenden, dass die bei der Kniebeuge mit dem Oberkörper nach vorne klappen. Kann unterschiedliche Gründe haben, aber meistens fehlt dann auch die Rumpfstabilität. Und da ist es auch sinnvoll, gezielt die Bauchmuskeln auch zu trainieren, damit hier die Performance in der Übung besser wird. Und deswegen als kleiner Tipp, finde ich, sollte man, wenn man auch trainiert, die Bauchmuskulatur am Schluss ansetzen, damit du gerade bei den anderen Übungen, wenn du, wie gesagt, die Kniebeuge machst, effektiv auch arbeiten kannst. Weil wenn du zuerst deine Bauchmuskulatur trainierst, bist du ja schon schwach im Bauchbereich. Okay. Und dann machst du die Kniebeuge, dann kannst du sie an sich auch nicht mehr perfekt ausführen. Ja, also das kann ich auch von Caro bestätigen. Die Bauchmuskulatur solltest du immer zum Ende hin trainieren, da wo du halt vorher auch eine gewisse Rumpfstabilität brauchst. Und wenn du die Bauchmuskeln vorher schon wirklich, ich sag mal, zerstörst am Anfang, dann wird es für das andere Training danach ein bisschen schwieriger. Was ich auch öfter gelesen habe, ist, dass man erst nach 30 Minuten beginnt, Kalorien zu verbrennen, beziehungsweise das Training erst nach 30 Minuten wirklich was bringt. Und jetzt sieht man ja ganz oft diese Homeworkout-Videos, die nur 10 Minuten gehen. Ja. Ja. Also, ich glaube, das ist ein Mythos, den erzählt so gut wie fast jeder. Okay. Ich weiß auch nicht, woher er kommt, wie er stand oder was auch immer alles gibt natürlich. Das kann ich jetzt vielleicht auch schon aufklären, woher er kommt. Und zwar habe ich hier einmal was rausgesucht über die Energiebereitstellung des Körpers. Ja. Also, wie letztendlich der Körper Energie bereitstellt für die Muskulatur, damit die Muskulatur arbeiten kann. Und hier sehen wir schon, wir haben unterschiedliche Phasen von Energiebereitstellung. Einerseits ganz normal durch ATP, was im Muskel selbst vorhanden ist, was sehr schnell verbraucht ist. Dann haben wir das Kreatinphosphat, was wieder ATP herstellt. Wie gesagt, ist jetzt alles, wird jetzt noch tiefer in die Materie reingehen. Und ab hier fängt dann schon an, Kohlenhydrate hinzugezogen zu werden für die Energiebereitstellung. Und hier sieht man auch schon Beta-Oxidation, Fettsäure. Und das fängt hier schon an und wird dann hier immer prägnanter. Also, alle Energiebereitstellungssysteme, die es dann gibt, also ob jetzt mit Kreatinphosphat, Kohlenhydrate oder Fettsäuren, laufen fast gleichzeitig ab. Mit dem Unterschied, dass gewisse Sachen primär erst mal arbeiten und mit Länge des Trainings nimmt dann sozusagen auch die Energiebereitstellung aus den Fetten zu. Damit wir halt langfristig und ökologisch arbeiten können, ökonomisch. Und da steckt das hinter, dass man sagt, okay, nach 30 Minuten verbrennt man wirklich erst Fett. Stimmt aber nicht. Denn du verbrennst hier nach knapp einer Minute, fängt auch hier schon die Beta-Oxidation an zu arbeiten. Und deswegen ist es auch sinnvoll, zum Beispiel morgens, wenn man noch nichts gegessen hat, die Kohlenhydratspeicher sind leer, da den Kardioträning zu machen. Weil da bist du halt wirklich relativ schnell in der Beta-Oxidation drin, dass die Fettsäuren, also den Fett zur Energiebereitstellung genutzt wird. Zwei verschiedene Perspektiven. Wenn du jetzt beispielsweise 30 Minuten Joggen gehst und in einem lockeren Tempo gehst, natürlich passiert da noch nicht viel in deinem Körper. Aber dann gibt es ja diese andere Alternative, wie diese Homeworkouts, HIT, hohe Intensität. Da verbrennst du viel schneller. Denn da ist es nämlich so, du machst dann zum Beispiel den Hampelmann und nicht ganz langsam, sondern da gibst du auch Vollgas. Oder die Kniebeuge. Und dann gehst du auch richtig schön nach unten und effektiv wieder hoch. Und da verbrennst du natürlich viel, viel mehr Kalorien und auch viel schneller. Also nicht erst nach 30 Minuten, sondern schon viel, viel früher. Aber wichtig ist halt bei den Übungen, wenn du halt jetzt zum Beispiel 20 Minuten trainierst, dass du da Vollgas gibst. Ja, auch hier kann ich sagen, je kürzer das Workout, umso intensiver sollte es sein. Ja, es gibt ja zum Beispiel auch so eine 8 Minuten Tabata Workouts. Und die sind halt so gut wie ohne Pause. Und die gehen halt wirklich sehr intensiv ran. Und wie gesagt, je länger das Training nachher wird, umso weniger Intensität sollte drinstecken. Wie gesagt, weil niemand kann halt mit 100% Intensität über eine Stunde trainieren. Und ich vergleiche das nochmal gerne mit einem Auto. Wenn du kurz und knackig trainierst, ist es wie ein Ferrari. Ja, der hat ganz viel Power, hat sofort viel Leistung, verbraucht aber auch viel Sprit. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Marathon läufst, dann bist du eher wie ein Passat. Ja, der hat wenig PS, ist sehr ökonomisch und verbraucht halt weniger Benzin, also dem Fall Kalorien und kann damit auch länger fahren. Zu sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, was man macht und vor allem wie. Thema Dehnen, das ist auch was, was ich schon, also keine Ahnung, die unterschiedlichsten Meinungen dazu gehört habe. Die einen sagen, vor dem Workout sollte man sich dehnen, die anderen sagen nach dem Workout, die anderen sagen, dass man sich gar nicht dehnen. Also jetzt zum Beispiel ein Mythos wäre, vor dem Workout dehnen ist kontraproduktiv. Also ich habe mich auch mit vielen verschiedenen Trainern darüber unterhalten mal, wie die das bei sich in den Kursen machen. Und dann kommt es natürlich darauf an, es gibt ja das aktive Dehnen und das passive Dehnen. Hier muss ich sofort einschreiten, also aktives und passives Dehnen ist das, was jetzt hier genannt wird, genau was anderes. Also hier geht es um das statische und dynamische Dehnen. Das passive Dehnen ist zum Beispiel, da gehst du langsam in die Dehnung rein und hältst diese Dehnung. Das, was sie jetzt meint, das ist das statische Dehnen, dass du langsam reingehst in diese Dehnung und dann pro April immer weiter nach vorne gehst. Man kann das auch vergleichen, wenn das jetzt der Muskel wäre, statisches Dehnen, dass man langsam den Muskel immer weiter dehnt. Und auch hier, wenn man hier merkt, okay, keine Schmerz mehr, geht man auch ein Stück weiter und hält auch hier wieder diese Position und geht dann wieder ein Stück weiter. Das ist dann das statische Dehnen. Und das sollte man auch den kalten Muskel nicht machen. Das kommt erst nach dem Workout dran. Aber wenn du aktiv dich dehnst, wo du dich reinschwingst in die Übung. Da meinst du jetzt das dynamische Dehnen? Auch hier nochmal gezeigt. Hier haben wir den Muskel. Und das dynamische Dehnen ist, dass du aus der Bewegung nach vorne gehst und wieder zurück. Das wäre dann dynamisch, dass du dich da, ich sag mal, reinschwingst. Das ist ja wie eine Mobilität. Und das ist natürlich sehr gut eigentlich vor dem Workout. Dann, was ich auch sehr oft gewesen habe, so die Kombination Kraftsport-Ausdauertraining. Und einige haben gesagt, nach dem Kraftsport sollte man kein Ausdauertraining mehr machen. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, was ist dein Ziel? Absolut richtige Frage. Also das macht so gut wie jeder Trainer. Erstmal zu fragen, was willst du denn überhaupt erreichen? Weil darauf muss man denn letztendlich das Training auch anpassen. Also auch hier sehr gut gesagt von Caro. Ist dein Ziel, eine langen Strecke joggen zu können, dann natürlich zuallererst Ausdauern. Ist dein Ziel aber, dass du mehr Kraft haben willst, den Körper mehr definieren willst, dann zuallererst Krafttraining. Und das ist das Wichtige. Ich selber, da ich eher auf Definition gehe, also ich will jetzt nicht hier so. Und da muss ich sagen, das kann ich nicht so ganz verstehen. Also dass den Frauen immer noch sagen, oder gerade als Pustantrainer, ich will nicht hier so aussehen. Das geht bei Frauen ja generell nicht. Dass die halt aussehen wie Männer, außer sie helfen jetzt chemisch nach. Ja, das hat wieder mit den Hormonen zu tun. Weil letztendlich ist dafür Testosteron verantwortlich, dass Männer halt massiver aussehen können. Davon haben Frauen ja wieder weniger. Und hier ist es halt vor allen Dingen wichtig, dass Frauen schwer und auch intensiv trainieren. Weil Frauen sind auch wieder mehr als Männer davon betroffen, Osteoporose zu bekommen. Das ist ja die Knochenkrankheit, dass sie porös werden. Und du kannst da halt entgegenwirken, indem du halt mit schweren, intensiven Training deine Knochenstruktur stärkst. Aber klar schon leichte Kurven, dass man den Muskelansatz sieht. Ist für mich das Krafttraining zusammen mit dem HIT, kommt das immer zuallererst. Weil du gibst ja deinem Körper oder bei dieser Übung ja deinem 100%. Und da musst du dann dir das so überlegen, dass wenn du zum Beispiel zuerst joggen gehst und dann heimkommst und dann Homework auch noch machst, dann hat der Muskel nicht mehr so viel Kraft. Und das ist kontraproduktiv. Deswegen zuerst dein Krafttraining machen, auch wenn du im Fitnessstudio bist und pumpst. Und danach dann noch die Ausdauer dazu. Ja, vollkommen richtig gesagt. Wenn du halt wirklich kräftiger werden willst, auf jeden Fall erstmal das Krafttraining machen. Weil hier haben wir die Kohlenhydratspeicher noch voll. Und danach erst das Ausdauertraining. Weil, wie sie schon sagt, wenn du es andersrum machst, dass du durch das Ausdauertraining erstmal deine Kohlenhydratspeicher leerst. Und danach das Krafttraining machst, hast du auch signifikant viel weniger Kraft und auch weniger Muskelreiz. Okay, das heißt, wenn man jetzt, ich erinnere mich an die Live-Workouts mit dir. Und dann habe ich jetzt manchmal gesehen, dass Leute kommentiert haben, oh, ich war gerade noch 30 Minuten laufen und jetzt mache ich das Workout. Das ist eigentlich gar nicht so effektiv. Sollte man eigentlich nicht machen. Okay, einfach nur, also nicht, weil es unbedingt schädlich ist, sondern nur... Unter anderem auch schädlich, weil dann kommt es immer noch auf den Speicher drauf an. Also auf den Energiespeicher. Okay. Und anstatt, dass seine Muskulatur stärker wird, nimmt es dir deine Muskulatur. Das kommt drauf. Schwierige Aussage. Also, ja, man hat immer Angst, dass man halt Muskulatur verliert, indem man halt in ein zu starkes Kategoriendefizit kommt oder keine Energie mehr da ist. Aber hier muss ich sagen, der Körper ist immer auf sein Überleben fokussiert. Und wenn ihr halt durch ein intensives Training merkt, also jedes Mal, wenn du trainierst, merkt der Körper, okay, gut, diese Muskeln darf ich jetzt nicht abbauen. Denn ich brauche sie ja tagtäglich, um halt mich fortzubewegen oder irgendwas zu bewältigen. Und hier ist es auch nochmal wichtig, wenn du generell einen hohen Eiweißkonsum hast, also wir reden ja von 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, dann ist das auch ein gewisser Muskelschutz. Und du baust jetzt nicht signifikant vier Muskeln auf einmal ab. Darauf an, in welchen Spalchner du dann reinkommst, ob es den Glück- und Gehenspeichern ist. Also das ist ja, das geht dann tiefer in die Materie hinein. Aber das sollte man dann nicht machen. Okay. Gehe erst danach joggen. Außer dein Ziel ist es wirklich, du willst 10 Kilometer in 50 Minuten schaffen, dann ist primär die Ausdauer zuerst wichtig. Okay. Ich glaube, ein super weit verbreiteter Mythos ist das ganze Thema Muskelkater. Dass man mit dem Muskelkater keinen Sport machen darf oder dass man, wenn jetzt man Muskelkater in den Beinen hat, man auf jeden Fall warten muss, bis der Muskelkater weg ist, was unter Umständen vielleicht auch mal eine Woche dauern kann, bevor man die Beine wieder trainiert. Also es kommt darauf an, wie stark der Muskelkater ist. Ich zum Beispiel habe Lachenmuskelkater in den Baden vom Workout im Freitag und würde jetzt heute trotzdem trainieren. Okay. Es zieht minimal. Ja, kann ich auch bestätigen. Also man muss immer gucken, wie stark ist der Muskelkater wirklich. Wenn es nur ein minimaler Zug ist, kannst du da trainieren. Aber wenn du dich wirklich kaum noch bewegen kannst, sollte man auf jeden Fall erstmal eine Pause machen. Aber wenn du jetzt so einen Muskelkater hast, dass du die Treppe nicht mehr runterkommst oder hochkommst, Probleme hast, sich aufs Flut zu setzen, dann würde ich das auf jeden Fall nicht machen. Weil der Muskel braucht ja auch seine Regenerationszeit. Und man sollte schon den Muskel 24 bis 48 Stunden Zeit geben, kurz mal zu pausieren. Aber man kann ja am nächsten Tag trotzdem trainieren und dann einfach eine andere Muskelgruppe wählen. Okay? Genau. Ich sage mal, Reststoffe von dem Muskelkater, was ein Muskel ist, wird dann auch abtransportiert, dadurch, dass dein Kreislauf mehr arbeitet, dass das Blut mehr fließt. Also das kann auch förderlich sein, wenn du halt diese besagte Muskelgruppe auslässt. Ich habe auch mal gehört, dass es gut ist, auf Muskelkater drauf zu trainieren, weil dein Muskel dann durchblutet wird und dann die kleinen Risse schneller heilen. Ja, wie du auch sagst, genau, das sind kleine Risse in den Muskelfasern. Wenn du jetzt in Richtung Bodybuilding gehen würdest, klar, trainier auf jeden Fall auf Muskelkater, weil der Muskel ist gerissen. Muss ich sofort einschreiten, weil, ja, wieder dieses Gleiche, ja, wenn du Bodybuilder bist, dann voll drauf trainieren. Mach es auf jeden Fall nicht, ja, weil man muss sich das so überlegen, wir machen diesen Sport alle nicht, um damit Geld zu verdienen, um Wettkämpfe zu machen, also als Leistungssportler, sondern das ist unser Hobby. Wir wollen gut aussehen, wir wollen lange fit sein und da ist es eher kontraproduktiv, auf Muskelkater, ja, auf dem Schwermuskelkater noch drauf zu trainieren, denn, wie sie schon sagt, Muskelkater ist ja letztendlich kleine Mikrorisse in den Muskelfasern und wenn du da noch drauf trainierst, vergrößerst du diese kleinen Risse noch mehr. Das kann dahin führen, dass du Muskelfaserriss bekommst, Muskelbindelriss oder im schlimmsten Fall Muskelabriss und das scheitert dich wirklich für einige Monate aus und du musst da jetzt wieder von ganz vorne anfangen. Also hier ist halt manchmal auch weniger mehr und dass man auch auf den Körper achtet. Oder hat kleine Risse und eröffnet sich dann noch extremer. Okay. Würde ich jetzt nicht anfängern empfehlen, aber... Ich würde es niemandem empfehlen. Wenn wir in Richtung Bodybuilding geben, wäre es klar. So machen die das auch. Ah, okay. Die trainieren so hart, dass sie danach auch auf den Muskelkater trainieren und es explodiert. Ob das gesund ist, auf eine kleine Verletzung zu trainieren, ist die andere Frage. Ja. Dann eine Sache, die Caro auch noch mal sagt, die Knie dürfen bei Kniebeugen nicht über die Zehn... Jetzt wird es richtig interessant. Jetzt wird es in die Nausfragen. Ja, das ist also kein Mythos. Also wenn du jetzt medizinisch betrachtest, das siehst... Nein. Ist ein absoluter Mythos. Ja, also auch medizinisch betrachtet. Und zwar habe ich dafür mal eine Studie rausgesucht. Und zwar ist es der Effekt der Knieposition auf Hüfte und Knie. Und hier sehen wir das einmal. Das ist die freie Kniebeuge, wo die Knie leicht über die Fußspitze drüber gehen. Und hier haben wir das Besagte, was Caro meint. Das wäre richtig, dass die Knie nicht über die Fußspitzen drüber gehen. Und hier sehen wir auch schon, der Oberkörper klappt noch mehr ein, weil irgendwie muss das Gleichgewicht gehalten werden. Und wir haben unten auch mal eine Kraftmessung in Newtonmeter. Und zwar haben wir hier die freie Kniebeuge und die, ich sag mal, nicht freie, wo die Knie nicht über die Fußspitze dürfen. Einmal die Belastung auf das Knie. Hier haben wir bei der freien 150 Newtonmeter. Und bei der nicht freien 117 Newtonmeter. Also ja, es ist weniger Belastung auf dem Kniegelenk. Jetzt haben wir aber noch die Hüftbelastung. Und hier liegen wir bei der freien Kniebeuge bei 28 Newtonmeter. Und das krasse ist jetzt, bei der nicht freien, was jetzt anscheinend richtig wäre, haben wir eine Hüftbelastung von 302 Newtonmeter. Und das ist exorbitant hoch. Und das ist halt, ja, Wasser oder Sekt, kann man schon fast sagen. Und das kann ich auch nochmal zeigen anhand von einem Video. Und zwar haben wir hier einmal die Kniebeuge von der Seite. Dann haben wir noch die Kniebeuge, wo bewusst die Knie hinter den Fußspitzen sind und wo sie zu weit vorne sind. So, schauen wir uns mal das an, was Caro meint, das wäre richtig. Wenn es denn lädt. So, hier sieht man schon, die Knie gehen nicht über die Fußspitze. Und hier haben wir jetzt die Position, Kniegelenk wird weniger belastet. Die Hüfte ist halt in einer ungünstigen Stellung. Und was man hier halt auch schon sieht, wie wir es gerade schon in der Studie hatten, die Hüfte wird mehr belastet. Es geht auch wieder mehr auf den Rücken. Und da ist halt die Frage, okay, Kniegelenke werden nicht so stark belastet, aber dafür hohe Belastung auf der Hüfte. Kriegen wir davon langfristig nicht doch eher einen Hüftschaden als einen Knieschaden. Und wenn wir uns dagegen jetzt einmal die Kniebeuge anschauen, wie sie richtig sein sollte. Ja, hier sieht man auch, Knie gehen leicht über die Fußspitze drüber. Der Rücken ist gerade. Wir haben eine Rumpfstabilität. Und natürlich minimal mehr Belastung auf dem Kniegelenk. Dafür steht die Hüfte neutral und ist hier nicht so weit hinten. Dadurch haben wir auch nicht so eine hohe Belastung. Und wo ich aber auch recht geben kann, wenn die Knie zu weit nach vorne gehen. Hier sieht man das. Bewusst werden die Knie extrem weit nach vorne geschoben. Und hier ist dann natürlich auch die Kniebelastung viel höher. Also da muss man sagen, es ist halt die goldene Mitte. Nicht zu weit nach vorne, nicht zu weit nach hinten. Sondern leicht über die Fußspitze. Und dann hast du halt wirklich eine bewegungsgerechte und anatomisch richtige Kniebeuge gemacht. Stell dir das mal vor, du stehst und machst eine Kniebeuge. Und gehst mit deinen Knien vor die Zehenspitzen. Und jetzt hast du nicht deine 50, 60, 70 Kilo, sondern vielleicht eine 120, 130 Kilo, die du mit dir trägst. Das ganze Gewicht geht auf die Knie. Okay. Und wenn du dich wieder hochdrückst, drückst du dich von den Knien hoch. Ja, das wäre der Fall, wenn die Knie zu weit nach vorne gehen. Und nicht, wie gerade gesagt, die goldene Mitte. Und dich ja schon so nach vorne verlagert hast, dass nur die Belastung auf den Knien ist. Wenn du das ein, zweimal machst, ist es jetzt nicht schlimm. Aber auf Dauer macht es deine Knie kaputt. Okay. Gelenke, alles drum und dran, Bänder, alles was es da gibt. Es ist also gesundheitlich gesehen nicht gut. Man sollte bei der Kniebeuge nicht nach vorne gehen. Weil dann drückst du dich ja wirklich aus den Knien. Und dann arbeitet der nicht effektiv, der Umberschenken, die Vorderseite und die Rückseite. Obwohl ich das aber sehr oft sehe. Also ich habe in einem Fitnessstudio auch mal trainiert. Da gab es so gut wie gar keine Trainer. Tagtäglich habe ich das gesehen. Ja, noch schön mit Gewicht wahrscheinlich auf den Schultern. Und deswegen, wenn du das jetzt vielleicht ein paar Mal machst, das ist nicht schlimm. Aber lass es auf Dauer machen. Dann trainierst du über Jahre und machst das immer so. Ja, das ist auch der Grund, warum viele Verletzungen und auch Fehlhaltungen entstehen. Weil du über Jahre falsch trainierst. Das ist nicht eine Bewegung, die dich dahin führt, dass du Schmerzen hast. Sondern meistens ist es halt ein langfristiger Weg bis dahin. Und dann fehlt bloß noch eine ungünstige Bewegung. Und dann hast du halt wirklich da auch Verletzungen. Ja, okay. Und dann macht es natürlich die Knie auf Dauer kaputt. Thema Essen. Nach dem Training so bald wie möglich was mit Proteinen essen. Ansonsten hat man keine positiven Ergebnisse. Was sagst du dazu? Es stimmt. Es stimmt. Es stimmt überhaupt nicht. Also so wie es jetzt gesagt wurde, stimmt es gar nicht. Aber wir gucken mal weiter. Du solltest direkt bis zu 45, 60 Minuten nach dem Training essen. Denn, ich versuche das mal in so einem einfachen Beispiel zu machen. Du trainierst, trainierst, trainierst. Dein Muskel öffnet sich. Und der schließt sich, wie gesagt, nach 45 bis 60 Minuten wieder. Sorry Caro, das ist absoluter Käse. Es gibt kein anderes Fenster, wo dann gesagt wird, okay, bis 45 Minuten ist der Muskel offen für sämtliche Nährstoffe. Und danach ist er zu bis zum nächsten Training. Weil was machst du zum Beispiel, wenn du 45 Minuten und eine Sekunde danach erst was isst? Was passiert mit den Nährstoffen? Sind die denn einfach weg? Oder, ja, das funktioniert nicht. Weil letztendlich ist deine Proteinsynthese angeregt. Der Muskel braucht nach dem Workout Nährstoffe in Form von auch Kohlenhydraten, weil du verbrennst ja die Kohlenhydrate im Muskelbeintraining. Das heißt, die Glykogenspeicher sind leer. Die solltest du wieder auffüllen mit Kohlenhydraten. Und Eiweiß ist ja ein Baustoff für die Muskulatur, denn du hast ja im Training durch gewisse Kontraktionen denn auch Muskelfaserrisse verursacht. Und Eiweiß sorgt dafür, dass diese wieder regeneriert werden und dass der Muskel sich aufbaut. Und Proteine sind für den Muskelaufbau zuständig. Das heißt, wenn du deinen Körper in dem Zustand, wenn er noch offen ist, direkt Essen gibst, sammelt sich das und der Muskel bleibt prall. Das heißt, kann ich so jetzt auch nicht bestätigen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr mit diesem Prall meint, weil der Muskelpum, den man hat, der lässt ja relativ schnell nach dem Training wieder nach. Aber das hat eher mit dem Blutfluss zu tun. Ich denke mal, was sehr halt, oder auch hier wieder diese goldene Mitte, ist natürlich, wenn du trainiert hast, meinetwegen jetzt abends um 20 Uhr, solltest du danach nicht ins Bett gehen und frühmorgens zum Frühstück erst das nächste Essen. Das wäre kontraproduktiv, weil du sollst ja deinem Körper das, was er verloren hat, wieder zurückgeben von Kohlenhydraten, Eiweiß, Mineralstoffen und auch Vitaminen, damit er vernünftig die Regeneration einleiten kann, damit er wieder heilen kann. Also du brauchst jetzt auch nicht nach dem Training dir sofort in aller Eile einen Shake hinterkippen. Klar, es kann helfen, kannst du auch machen, aber es ist nicht das Eiheilmittel. Entscheidend ist für den Muskelaufbau, dass du halt genug Eiweiß zu dir nimmst und einen Kalorienüberschuss von 200 bis 300 Kalorien hast. Dann baust du Muskeln auf und es ist nicht ausschlaggebend, dass du innerhalb von 45 Minuten nach dem Training unbedingt was essen musst. Ansonsten ist alles für die Katz. Wenn du zum Beispiel jetzt deinen mehr Bizeps haben möchtest, direkt essen, weil er geht dann direkt in den Bizeps hinein. Und am besten dann noch in Form mit Kohlenhydraten, Zucker, geht noch schneller in den Körper. Ah, okay. Also das stimmt schon, das stimmt schon, ja. Okay, und dann halt auch nicht nur ein Snack, sondern eigentlich eine Mahlzeit. Ja, genau. Deswegen, also auf das achte ich selber zum Beispiel immer, dass ich nach dem Training meine Proteine und meine Kohlenhydrate esse. Ja, vollkommen richtig. Nach dem Training, wie ich schon gesagt habe, Kohlenhydrate und Eiweiß halt direkt zuführen, aber auch hier die Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe nicht vergessen, also in Form auch von Gemüse. Eine letzte Sache, die ich auch sehr oft zugeschickt bekommen habe, und zwar durchs Bauchtraining wird der Bauch erstmal dicker, weil die Muskeln das Fett, was vielleicht noch drüber ist, nach vorne schieben. Also ich habe ehrlich gesagt, habe ich das jetzt noch nie gehört. Okay. Also mich hat das auch noch nie jemand gefragt oder so. Aber da würde ich dann auch wieder sagen, so was ist dein Ziel? Willst du deinen Bauch trainieren? Willst du, dass dein kräftiger wird? Willst du, dass man Six-Tags sieht? Weil am Bauch ist es wirklich so 50-50 Ernährung und Sport. Es ist nicht 50-50, es ist 100-100. Du musst 100% in Ernährung geben und 100% im Training. Natürlich ist es beides gleich wichtig, aber auch da es bringt nichts, wenn du halt nur 50% in Ernährung gibst und sagst, ja, wird schon irgendwie passen. Du musst halt in beiden Vollgas geben. Wie ich auch am Anfang gesagt habe, egal welche Übung du machst, da ist ja der Bauch schon mit dabei. Also du greifst ihn ja sowieso. Aber dass der Bauch dicker wird, das ist total schwierig zu sagen. Ja, also klar, wenn man halt einen Kalorienüberschuss fährt, also du hast generell schon am Bauch eine gewisse Fettschicht, sage ich jetzt mal. Und du trainierst darunter auch die Bauchmuskeln auf. Bauchmuskeln, also der Muskel generell wird ja größer durch das Training, durch ein progressives Training. Und ja, irgendwo muss das alles ja hin. Das kann ja nicht nach innen gehen, sondern es geht ja dann auch nach außen. Bestes Beispiel sind da auch die, ich sag mal, Powerlifter. Die haben ja auch meistens eine Kugel vorne dran zu liegen. Die haben natürlich eine extrem starke Rumpfmuskulatur, weil sie auch viele Grundübungen machen, Knie beugen, Kreuz heben. Und haben aber auch eine gewisse Masse. Also von daher kann das schon passieren. Also natürlich entsteht Muskulatur da, aber wenn du jetzt noch andere Übungen dazu machst, dann verschwindet ja nach und nach auch dein Fett. Ja, unglücklich formuliert. Also wenn du andere Übungen noch dazu machst, verschwindet nicht automatisch das Fett. Dein Körperfett kannst du reduzieren, indem du halt ein Kaloriendefizit fährst. Also eine Diät machst, wo du knapp 200 bis 300 Kalorien weniger ist, als das, was du verbrauchst. Und das halt über einen gewissen Zeitraum weiter intensiv weiter trainierst, damit der Körper weiß, okay, die Muskulatur brauche ich weiterhin. Und dass du auch genug Eiweiß zuführst, um die Muskulatur auch zu schützen. Und damit der Körper nicht auf die Muskulatur als Energiebereitstellung zurückgreift, also auf das Eiweiß. Ja, richtig. Also das ist wahrscheinlich richtig festzuhalten, dass man natürlich Muskeln nur dann auch wahrnehmen kann, wenn der Körperfettanteil reduziert wird. Wenn du jetzt zum Beispiel nichts an Sport machst und nur deinen Bauch trainierst, tagtäglich oder dreimal die Woche, wie auch immer, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass da kein Fett verschwindet. Weil wie soll da auch Fett verschwinden, wenn du noch trotzdem normal ist, nicht da irgendwie ins Defizit gehst, dich kaum bewegst und nur den Bauch trainierst. Also ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr aufschlussreich. Okay, gut. Ich denke, da sind wir jetzt einmal durch. Viele Sachen konnte ich jetzt einfach auch aufklären. Sollte noch irgendwas unklar sein, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Guckt auch gerne mal bei der Marie Johnson vorbei. Super sympathische Frau, lebt auch vegan. Also da hat sie sowieso bei mir gleich mal 5 Pluspunkte mehr. Ja, und wie gesagt, bei Caro, es kann verschiedene Faktoren sein. Klar, vor der Kamera, wenn man nicht oft vor der Kamera ist, ist man auch ein bisschen aufgeregt. Und wenn man die Fragen natürlich vorher nicht kannte, konnte man sich jetzt nicht unbedingt darauf vorbereiten. Ja, kann verschiedene Faktoren haben. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt an ihrer Kompetenz zweifeln. Es kann unterschiedliche Faktoren haben. Gut, dann würde ich sagen, wenn du noch mehr von mir erfahren willst zum Thema Training und Ernährung, kannst du hier einmal auf die zwei Playlists drücken. Schau gerne bei Marie vorbei, wenn dich das interessiert. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Kannst du hier unten einmal draufklicken. Und in dem Sinne würde ich sagen, bleibt fit und bis zum nächsten Video.